Servus Community, mein Name ist Tactical Viper und vor einiger Zeit habe ich euch bereits die Map Ostpreußen genauer vorgestellt und heute bewegen wir uns etwas südlich weiter und schauen uns die Galicien Map im Detail etwas genauer an. Zudem erfahrt ihr gegen Ende des Videos, wie ihr bereits jetzt schon Tannenberg spielen könnt, also dranbleiben. Die Karte Galicien befindet sich in der historischen und gleichnamigen geografischen Region Galicien, die heutzutage Teile von Südpolen und Westukraine umfasst. Die Karte wird neben Felder auch Wälder und vermehrte Hügellandschaften beinhalten und neben einem völlig zerstörten Waldabschnitt findet sich zudem noch ein kleines Dorf auf der Karte. In dem nordöstlichen Kartenabschnitt liegt zudem bergab ein improvisiertes Hauptquartier der KUK-Truppen, die südlich davon einen Panzerzug in Stellung gebracht haben. Wiederum bergauf befindet sich hier vermehrt russische Feldartillerie und ebenfalls ein russisches Lager. Das Hauptquartier der KUK-Truppen und das russische Lager sind zudem beide Spawnpunkte, sprich zu Beginn der Runde könnt ihr dort auf jeden Fall spawnen. Ich durfte bereits auf der diesjährigen Gamescom einige Minuten auf der neuen Karte verbringen und ich muss sagen Galicien bietet bislang definitiv die meiste Vielfalt in Sachen Design. Das steile Gelände wird auf jeden Fall noch dazu beitragen, dass interessantere Feuergefechte stattfinden werden auf vertikaler Ebene und der dichte, nahezu zerstörte Wald, der so ein bisschen auch brennt, bietet auf jeden Fall Potenzial für Überraschungsangriffe im dichten Rauch. In Sachen Details wurde hier nochmal im Vergleich zur Ostpreußenkarte, die ich letztes Mal vorgestellt habe, nochmal eine Schippe draufgelegt, denn gerade die Grabenabschnitte, die letztes Mal noch so ein bisschen ja schon belebt waren, auch schon ein paar Details geboten haben, sind hier nochmal ein bisschen ja ein bisschen härter. Also es sind sehr sehr viele Sachen drin, die auch versteckt sind, die man erst so im genauen Hinblick sehen kann. Und das finde ich ganz cool, dass die Entwickler auch da so ein bisschen Wert darauf legen, dass es nicht einfach nur Holzplanken sind, die reingehauen worden sind im Boden, sondern auch wirklich so ein bisschen auch eine kleine Geschichte erzählt. Ja, so ein paar Sachen sieht man da, wo man sich so ein bisschen auch selber was zusammen denken kann. Und das finde ich schon ganz cool, dass man sich auch hier so ein bisschen drauf konzentriert. Das macht das Ganze natürlich noch ein bisschen abwechslungsreicher. Highlight der Karte ist natürlich der österreichisch-ungarische Panzerzug, der allerdings momentan im aktuellen Stand der Entwicklung noch stationär ist, heißt also, da bewegt sich keinen Zentimeter. Allerdings habe ich bereits schon mal gefragt, ob man nicht schon Ideen hatte, dass der Zug sich bewegt, also automatisiert, nicht vom Spieler gesteuert. Und man hat da die Idee, dass der Zug vielleicht ja automatisiert um die Karte drumherum fährt, also einmal im Kreis drumherum und da vielleicht hier und da mal ein bisschen feuert, dass das Ganze noch ein bisschen atmosphärischer wirkt. Aber ob das ins Hausspiel kommen wird, ist das momentan noch fraglich. Man könnte es als Deckung nutzen, die jetzt, wie es momentan ist, ist natürlich ein Deckungsgegenstand. Aber es kann natürlich auch sein, wenn wir Glück haben und das ganze technische Funktioniert auch spielerisch irgendwie so ein bisschen Sinn ergibt, dass der Zug eben ja ein bisschen drumherum fährt um die Karte Galicien und da immer mal wieder ein bisschen reinfeuert. Bevor ich euch jetzt aber erkläre, wie ihr Tannberg früher spielen könntest an anderen, möchte ich ganz kurz noch auf ein weiteres Feature eingehen, was sich auf jeden Fall ganz, ganz oft in Verdor gewünscht wurde. Viele Spieler wird es sicherlich freuen, dass Tannberg an verschiedenen Objekten einen Durchschlag der Kugel simuliert, heißt also Penetration der Kugeln, also wenn eine Kugel auf ein bestimmtes Objekt trifft, auf ein weiches Objekt momentan, in der Entwicklung also Holz oder Fleisch zum Beispiel, sowas rumhängt. Denn wenn die Kugeln ja das Objekt durchschlagen und eben den Gegner dahinter eben ja treffen. Das heißt also, ihr könnt euch nicht einfach nur, wie in Verdor noch, einfach hinter so einem gammeligen Holzzaun verstecken und einfach warten, bis der Gegner weg ist oder nachladen muss, sondern ihr könnt da wirklich getroffen werden. Ja, also es kann passieren, dass jemand auf den Zaun schießt, weil er weiß, ihr seid dahinter und habt euch verschanzt und dann seid ihr tot, weil die Kugel genau so abgeschlagen oder durchgeschlagen wurde, dass es euch genau im Gesicht getroffen hat. Und ja, das ist auf jeden Fall ein tolles neue Feature. Ich freue mich drauf, dass das so kommen wird. Und ebenfalls habe ich auf der Gamescom mit den Entwicklern natürlich auch ein bisschen, ja, hinter den Kulissen geredet, so ein bisschen gequatscht. So, was kommt denn so? Was habt ihr denn geplant? Und für viele Sachen habe ich da quasi ein Verbot bekommen, euch das zu erzählen, jedenfalls im momentanen Zustand. Das kommt natürlich alles nach und nach in den nächsten Wochen. Aber was ich euch erzählen darf und zwar exklusiv ist, dass alles, was auch in Tannenberg vorkommen wird, ebenfalls auch für Vador umgesetzt wird, jedenfalls in einem gewissen Rahmen. Das heißt also, das Update mit der Grafik kommt ebenfalls auch für Vador und auch Features wie zum Beispiel diese Penetration der Kugeln durch Holzobjekte, das kommt ebenfalls ins Spiel vor. Und Sachen wie 64-Spielersupport, da muss man schauen, ob das klappt wegen, ja, Trench Warfare und so viele Spieler, das wird vielleicht nicht gut sein. Da überprüft man momentan noch, ob das möglich ist technisch. Aber so kleine Sachen wie Grafik-Update, wo ich mich sehr drüber gefreut habe, das kommt alles nach und nach. Natürlich erst nach Tannenberg, aber das wird wahrscheinlich recht zügig gehen, weil das Ganze ja technisch fast auf einer Ebene ist, aber auch nicht ganz. Aber wie sie das machen werden, das weiß ich natürlich nicht. Aber hier habt ihr schon mal so ein paar exklusiv Informationen, was alles noch in Vador kommen wird, denn die Jungs haben gesagt, die geben das Spiel nicht auf. Sie werden parallel an beiden Sachen arbeiten. Zum Abschluss des Videos möchte ich kurz noch auf die aktuellen Alpha-Tests hinweisen, denn Entwickler sucht immer mal wieder ein paar Tester für Tannenberg. Und wer von euch hier wirklich aktiv Bock hat, hier mitzuwirken, der kann sich gerne mal in die Videobeschreibung verziehen und dort nur auf den entsprechenden Google-Formular-Link drücken, denn dort kommt ihr quasi ja zu einem Google-Formular, werdet ihr jetzt gedacht. Und dort könnt ihr euch quasi ja anmelden, registrieren für diesen Alpha-Test. Heißt aber nicht, wenn ihr euch angemeldet habt, dass ihr auch unbedingt einen Zugang bekommt. Das wird alles ein bisschen random passieren, je nachdem, was ihr da angebt für Sachen. Und das Tolle ist aber, ihr habt da die Möglichkeit, ja ein bisschen den Entwicklern unter die Arme zu helfen, ja Bugs zu reporten oder eben auch Features so ein bisschen zu testen, die es so noch nicht offiziell gibt, die nicht mal ich weiß zum Beispiel. Und das ist auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit, da aktiv mitzuwirken. Wer allerdings von euch ein fertiges Spiel erwartet mit gutem Gameplay, der wird hier noch so ein bisschen enttäuscht sein, denn viele Sachen sind noch nicht implementiert und müssen noch getestet werden. Also das dient wirklich nur den Leuten, die sagen, Mensch, ich habe da richtig Bock drauf, ich möchte, dass das Spiel wirklich gut wird, richtig ja polished, also bugfrei. Der kann da sich gerne anmelden, den Entwickler helfen und so quasi ja das Spiel besser gestalten. Ja, das war es mit dem heutigen Tannenberg-Video. Ich hoffe natürlich, euch hat es wie immer geholfen und gefallen. Und falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Viper.